Business on Air Michael Jor, der Heizungsmichel. Ich bin spezialisiert auf Infrarotheizung und Beleuchtung. Wir sind in einem Umkreis von 150 Kilometer einzigartig mit einem 90 Quadratmeter Showroom für Infrarotheizung. Infrarotheizung ist Strahlungswärme wie die Sonne. Wenn man sich im Sommer nachts um 11 Uhr auf die Straße legt, ist es dunkel, man sieht den Sternenhimmel, aber es ist schön warm vom Boden her. Das ist dasselbe Prinzip. Wir erwärmen die Gegenstände, die Materialien, die Körper. Wir suchen die Endkunden, die aktuell frieren, in der Übergangszeit eine Zusatzheizung benötigen, die eine alte Heizung brauchen oder einfach es schön warm haben wollen, wie mit einem Kachelofen, nur ohne Holz. Wer da jemanden kennt, einfach zu uns schicken. Michael Jor, der Heizungsmichel.